Willkommen zurück zu meinem Let's Play Honkai Star Whale. Ich bin es natürlich wieder Euroboom36 und wir machen spannend weiter. Allerdings nicht mit der Hauptstory, denn wir müssen wieder die Universum-Simulation machen. Und weil wir die machen müssen, werden wir noch mal Welt 5 probieren. Allerdings werden wir dafür dieses Mal den Überfluss nehmen. Denn wir haben ja letztens festgestellt, dass er uns heilt. Und vielleicht schaffen wir es ja dann, endlich die Dame zu besiegen. So, wir brauchen den Überfluss. Der ist leider nicht dabei. Gut, dann machen wir halt eben das. Regionkampf. Halt, warte. Au. Ich wollte gerade auf März wechseln. Au. Wieder nicht den Überfluss. Ebenfalls nicht den Überfluss. Sprech. 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 Shut up Da haben wir endlich mal den Überfluss Meine Güte Immer das, was man braucht, kriegt man nicht gleich Uh Lance at the ready Fighting is meaningless My turn Naughty child That's better Nice teamwork You can't run Try that again You Now time You can't run I have no interest in control Tough luck running into me Don't worry about me I'm on guard Fighting is meaningless God So, ich bräuchte wieder den Überfluss Reduziert den von Figuren mit vollen LP leitenden Schaden Nachdem Figuren vom verbündeten Gehalt werden, stellen sie zusätzliche LP wieder her So, wir müssen aber jetzt wieder in den Kampf gehen I have no interest in conflict Time for a shot Ow Oh Too late to repent My turn Naughty child That's better Nice teamwork You can't run Lance at the ready Fighting is meaningless Tough luck running into me So, kriege ich jetzt nochmal den Überfluss? Ja, danke Abneigung gegen Leid Verursacht mit dem Angriff zu sich einen Schaden Basierend auf den aktuellen LP der Figur Atme Okay So Region Ergebnis Das kennen wir schon Gut, wir hauen einfach mal so richtig drauf Und dann hauen wir so ganz sanft drauf Gesagt, kennen wir schon Ähm Region Elite Oh, der Überfluss ist auch schon bereit Okay The truth of life and death Revealed in an instant The sanctuary is but a vision The sanctuary is but a vision Quack Gotta try hard sometimes Not sometimes This awesome move Lance Lance Fire Lens Fire Tough luck running into me Naughty child Naptime Fighting is meaningless Ow Echt jetzt Oh man, das ist unheil No Lance Lance Ablaze Lance Forward Uh How does The truth of life and death The sanctuary is but a vision Break My turn Huh This was a future decision Okay That'll take more than Lance At the ready Okay Hey Tough luck running into me Try that again I'm okay You can't run It's not It's not Now time Au! Ich könnte eigentlich auch Sima kurz heilen lassen. Du-du-du-du-du-du-du-du! Lance! Feuer! Ja! So, Verteidigung... Ja, auf! Echt jetzt? Mara, beschwöre mich schon wieder. So, kriege ich wieder was in den Überfluss? Nein, leider nicht. Äh... Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist, aber ich nimm's mal. Siegelwachs des Hochgefühls... Das! Das! Region Rast! Äh, Wiederbelebung Dings brauche ich nicht, aber ich werde mir sie mal downloaden. Wo sind wir eigentlich gerade? Sind wir noch nicht vom Boss? Nein, okay. Wir können aber trotzdem das hier machen. Regionen-Kampf. Ist ja real cool, wenn ich nochmal was im Überfluss bekommen würde. So? 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 Dann mach ich mal weg. Uh... Du nervösst! Danke! Oh! Ja, du nervösst! Danke! Gott, weg mit dir. So, haben wir jetzt den Überfluss bekommen? Nein, haben wir nicht. Und dann machen wir das. Und dann das dann. Warum wächst ich eigentlich nicht auf? Ja. So. Oh, wow. Oh, wow. Told you I could fight. Glance at the ready. Try that again. Ow. Oh. Told you I could fight. Naughty child. I'm on guard. I have no interesting conflict. Gut. Gut, der Kampf ist auch rum. Schon wieder so ein Mist. Ich bräuchte den Überfluss. Da ist er ja. Wird aber nicht reichen. Ich bin ja alle frei von mir am Schaden, ey. Ich bin ja alle frei von mir am Schaden, ey. Gut. Fettig. Ich bin aufhörter. Tough luck running into me! Hier! Du kannst nicht runnen! Try that again! Das dauert mehr als Medizin. Nicht zu über mich! Jetzt ist es Zeit. Not a scratch! Lanz auf der Ready! Mein Geil! Hahaha, you! Das ist besser. Nice teamwork. Tough luck running into me! I have no interest in conflict. It's time. Fighting is meaningless. You can't run! Okay. Hm. Regionenbegegnungen finde ich immer kacke, aber... Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Pfff. Innerhalb von vier Runden gewinnen. Ganz genau. Das habe ich in Dings aktiviert, obwohl ich keine Heidung brauche. Lance ablaze! Lance! Forward! The truth of life and death. The sanctuary is but a vision! Break! Just a little something. Think nothing of it. Thanks a lot! Oh. Try it again! Tough luck running into me! It's time. I have no interest in conflict. My turn! Schaffe ich wieder nicht. Stärkung! The truth of life and death. The sanctuary is but a vision! Break! Lance of the ready. Tough luck running into me! Gotta try hard sometime. Watch this awesome move! Now. Try that again! You can't run! 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 Too late to repent! Here, jump! Jump! Bye bye! Stay close! Not a step back! Hm. Just a little something. Think nothing of it. Don't worry about me. Don't worry about me. I need to shoot him enough. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision! Break! Hab' ich's geschafft, ich glaub' nicht. Hm. Reicht aber nicht für weitere Pfaddings. Äh. Region Elite. Crash now or crash later. Ach, mhm. Was ist... Was macht er? Aha. Okay. Was macht sie? Mache Verteidigung. Oh. That is the point. We've got to do it. There's a man there. We've got to deal at home. Wait. Uh- Time for a shot. The Soyin's Blood. You don't need money? Plants at the ready. Missed. Au. Verteidigung. Das ist auch nicht wirklich... Doch, er ist gefroren. Der Pfeil kommt nicht durch. Mist, er ist nicht mehr gefroren. Oh. 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 Also. So, da ist es... So, da ist es... Wir verfehlen uns. Uff! Na toll, der Ausgang hat auf der falsche Typ ist geboren. Stop! Try that again! You can't run! Naughty child. That's better. Don't worry about me. Tough luck running into me! Ahaha, here! Try that again! Hm, just just a little something. Think nothing about it. Don't worry about me. Es war keine so gute Idee, den Schaden aufeinander aufzuteilen. Naja. Zu spät! Guck mal an. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision! Quick! Guck mal an. Beteiligung. Guck mal an. Gut, er ist geboren. Mh. Was ist schon auch gebrochen? Schützen wir einmal sie. Schauen wir mal an. Dann machte ich für dich. Die sind geckte Leute für die Ewigkeit. Schon wieder Don't worry about me You can't run Fighting is meaningless Tough luck running into me Here I'm on guard Lance a blaze Lance Forward Try that again Naughty child Now time My turn The truth of life and death The sanctuary is but a vision Break You can't run Time for a shot Here Gotta try hard sometime Watch this awesome move Ow It's time Naughty child Time Tough luck running into me The truth of life and death The sanctuary is but a vision Break I'm on guard Lance a blaze Lance Forward Was Wo auch Under Time Ja, wir auch schon noch sie angreifen. Ja, wir sind noch ein bisschen, aber nichts zu denken. Keine Angst, mich. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Na, endlich. Gedeie Langlebigkeit. Wenn eine Figur geheilt wird, wird Tautropfen basierend auf der bewirkten Heilung aufgeladen. Oh. Pfff, ich nehme das. Okay. Äh. Ist alles Blödsinn. Siegelwachs der Jagdnummer halt dann. Region Rast. Region Ergebnis. Äh. Komm, wir haben genug Segen. Also genug Fragmente meine ich. Region Ergebnis. Wieder eins, das wir kennen, offenbar. Das heißt, wir klicken uns nur durch. Gibt ein Segen mit einem bis zu zwei Sterne auf und halte ein Segen mit einem bis zu drei Sternen. Okay. Hm. Bereits verstärkt. Erlösung von der Verdammnis. Erlösung von der Verdammnis. Tja. 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 Also wieder etwas, was wir kennen. Okay. Äh. Das nehmen wir doch. Warum nicht? Okay. Wir kämpfen. Ähm. Lance a Blaze. Feuer. Na, äh. Kann ich mal machen da weiter? Okay. Mist. Das ist nicht mehr geworden. Ah, jetzt. Das ist nicht mehr geworden. Sorgefroren wird stinkt. Wie schnell die immer erholt ist, haben wir gebrochen. Jetzt ist er auch erholt. Der Redemption! Ich bin okay. Lans ablaze! Lans! Farna! Okay, um... Ja, leider. So, jetzt machen wir einmal hier. Der Redemption! 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 Arranged! ступel! Bei der Juli- Es ist zu schwer, zu reprenzieren. Mein Geil! Naughty child, nap time. Der Kampf ist sinnvoll. Die Wahrheit der Leben und Todes. Der Sanctuary ist nur eine Vision! Fertig! Ich kann dir nicht, ich könnte. Not a scratch! Try that again! Glänze ablaze! Glänze, fährt! Time for a shot! Retribution! Für your sins! Alle gefroren. Cool. Nein, der steht immer noch. Nein, der steht immer noch. Du kannst nicht weg! Die Wahrheit der Leben und Leben. Der Sanctuary ist aber eine Vision. Break! Time für ein Shot. Naptime. Not a Scratch! Hold your breath! Höwe! The fighting is meaningless. Told ya I could fight! Er… I try something. Watch this awesome move! Watch this awesome move! Oh, no interesting conflict. The redemption. Try that again. Never forget. Uh... Okay, god. For your sins. You can't run. Lance ablaze. Lance, forward. Taffluck running into me. You! Don't worry about me. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! You're a swing! Lance at the ready. My turn! I have no interest in conflict. Now... Perks won't help you... Tavi! You were't even needed, and then the next door is coming. To get hands! Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move. Taffluck running into me! Taffluck running into me. Taffluck running into me. Taffluck running into me. Taffluck running into me. Der Kampf ist sinnvoll. Naughty child. Retrofusion! Ihr Annoying! Execute the Jettelman! Ich bin auf der Garde. Lanzablaze! Lanz! Bauer! Mein turn! Ich habe keine Interesse in Konflikt. Just a little something. Think nothing nothing. Nice teamwork. Boah, die steht immer noch. Jetzt nicht mehr. Man, 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 man. Ähm... Ist alles Mist eigentlich. Ich glaube, jetzt geht es gleich zum Boss. Ja. Hatte recht. Okay. Also wir verstärken nochmal alle unsere Segen. Und das ist die, wo wir verstärken können. Haben wir noch einen mit 100, den ich verstärken kann? Ja. So. Jetzt habe ich alles Mögliche verstärkt. Auf geht's! Okay, ähm... Okay, ähm... Will a preservation. Will a preservation. Dann... Versuchen wir es doch mal. Okay, warte. Ähm... Hm, hm, hm. Kümmern wir uns erst mal um die Wachen. An sich öffert. Mike- Das steht leider auch noch. See you later. Okay, pass auf. Tutest du den dann? Dann gibt es wieder eine Verteidigung. Hier! Naughty child. Naptime. You can't run! Lance ablaze! Lance, forward! So, dann gibt es die nächste Verteidigung. Das ist die Verteidigung. Das ist die Verteidigung. Das ist die Verteidigung. Das ist die Verteidigung. Oh, das ist die Verteidigung. Das ist die Verteidigung. Okay, ne? Dann haben wir die Verteidigung. Ops, falsch, gar nicht. Oh mein Gott, so spät. Okay. Oh mein Gott, so spät. 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 Ready? Feeling a little dizzy? And you need some good. Zoning out? Yes. Ich kann helfen! Nicht so schnell! Du kannst nicht rutsch! Bis zum nächsten Mal! Lange auf der ready! Justin, ein bisschen. Pensiere nichts, nichts. Keine Angst über mich. Die Wahrheit in this sanctuary is but a vision! Hier! Something for everybody. Watch your feet. Gute! Gotta try hard some. Watch this awesome move! That'll take... That's better. Ready? Try that again! How does that feel? Hmmmm... Naughty child. Naughty child. Naughty child. You! Lance ablaze! Lance! Forward! Okay. Here! Zoning out? I can help. Not so fast. Try that again! I have no interest in conflict. Stop! The truth of life and death. The sanctuary is but a vision! Break! Gotta try hard some? Watch this awesome move! Justin, just a little something. Think nothing of it. Nice teamwork. You can't run! Oops. Go away! Fighting is meaningless. Too late to repent. Tough luck running into me! Tough luck running into me! You! Time for a shot. Now time. Ready? You can't run! Feeling a little dizzy? Nice! Not a scratch! You can't run! You can't run! Try that again! Take a guess! Okay. The truth of life and death, revealed in an instant, is but a vision! But! Lance ablaze! Lance! Fire! Yeah! Okay. I have no interest in conflict. Gotta try hard sometime! Watch this awesome move! Ready? Hm. Fighting is meaningless. I have no interest in conflict. Stop! The truth of life and death. The sanctuary is but a vision! Break! Now time. Their power is over. If I miss as much other person Ugh. My faith is over Oklahoma. Keep a sense, Hmph! It's all too coming. Thanks for having him... Gonna até Patbox. А не欸"? Oh Gott! Hier! Naughty child. Gotta try hard sometime. Watch this awesome move! Now come. Not so fast. Try that again! Lance ablaze! Lance! Power! Okay, uh, dumm, verteidigung. Hmm, don't be scared. I'm on guard. Fighting is meaningless. Ready? Try that again! The truth of life and death, but the sanctuary is but a vision! Quick! Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move! Yeah, Kafka takes care of everything. Not so fast. You can't run! Not time. Here! Fighting is meaningless. Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move! The truth of life and death. Where the sanctuary is but a vision! Break! Lance ablaze! Lance! Forward! Take a guess. Zoning out? I can help! Time for a shot. Okay. Um-hmm-hmm-hmm. That's better. Don't worry about me. Hmm. I've no interest in cunt- You! Lance at the ready. You can't run! Something for everybody. Try that again! Fighting is meaningless. Naughty chat. Hmm. I have no interest in conflict. I have no interest in conflict. Irgendwas, was sie nicht hier heilen? Aber nicht. Ich bin nicht schon wieder. Gut. Okay, for Tidygong. Hier! Gotta try hard some to watch this awesome move! Zoning out? Die letzte Phase ist echt schwer. Ja. 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 Ja! Das Sanctuary ist aber eine Vision! Quick! Ich habe gesagt, ich könnte kämpfen! Haha! You! Just in Zeit. Just ein bisschen. Ich denke nichts mehr. Nice Teamwork. Lanz abläu! Lanz! Forward! Das ist besser. Nice Teamwork. Das Sting. You can't run! Take a guess. My turn! Gotta try hard some. Watch this awesome move! Here! Huh? Hm. Thanks a lot! No interesting conflict. The truth of life in this Sanctuary is but a Vision! Quick! Haha! You! Haha! Something for everybody! Try that again! How do you like that? You can't run! Fighting is meaningless. Naptime. Go away! Kill this. Watch your feet. Haha! Here! Hm. Just a little something. Think nothing of it. Nice Teamwork. It's just hard. Haha! Haha! Just a bit of a ride! Try that again! The truth of life in this Sanctuary is but a vision! Quick! Lance ablays! Lance! Forward! Gotta try hard sometimes! Watch this off, please! We couldnten es schaffen, wir sind schon bei 10%. Aua. Geschafft. Yes, geschafft. Alter, war das nicht anstrengend. Dafür kriegen wir 2800 Punkte. Yeah. Weltsex freigeschaltet. Mal los, war schon anstrengend genug. Ähä. Was ist denn mit dem Index drin? Segen. Achso, bei meinem 12 freigeschaltet haben. Abholen. Boah, cool. Fähigkeiten baum. LP-Erhöhung. Aktivieren. Sollen wir Weltsex auch noch probieren? Empfohlen in Teamstufe 60. Okay, komm. Ach du Schande, die ist Level 6. Oh Gott. Okay, also das andere ist sie, dann sie, dann sie. Und wo ist unsere Natascha? Da. Äh, ja. Wir werden wieder den Überfluss nehmen. Äh, ich will da wieder einsägen. Äh, ist auch wieder nicht der Überfluss dabei. Dann nehmen wir halt den Zwei-Sterne-Sägen, was auch immer das ist. Hallo. Doch. Tschüss. Tschüss. der überfluss wiedergeburt ok nichts vom überfluss dabei noch mal das da was the pretty good crowd today Und tschüss. Der Überfluss. Can't stop the rock! Hat der jetzt was gebracht? Tschüss. So, wir brauchen wieder den Überfluss. Der ist wieder nicht dabei. Regionen-Kampf. 7. März, komm her. Freeze! Freeze! Turn it up! Told ya I could fight. Lance at the ready. You can't run! This song's for you. Keep up! I told ya I could fight. Time for a shot. Hm. I'm on guard. Pretty good crowd today. Let's rock. That's better. Nice teamwork. Der Überfluss. Reicht das schon für Fahrtresonanz? Ja. Das find ich super. Region-Ergebnis. Oh, was ist das denn? Universensimulation. Madame Narbenauge, Vorstandsmitglied der IFK, sitzt dir gegenüber. Eine lange und schmale Narbe verläuft über ihr linkes Auge. Du spürst ihren Blick auf dir und weißt, dass es mit dir nicht zu spaßen ist. Du sitzt hier wegen ihrer erdrückender, einschüttender Präsenz. Ein Dienstmännchen bietet ihr ein Glas Champagner an, küsst ihr leicht die Hand. Der Planet Eveli befindet sich in einer Finanzkrise, verkündet Madame Narbenauge. Um die Krise zu bewältigen, hat unsere Abteilung für Unternehmenskonsuldierung den Schuldscheinspender vom Typ Engel auf den Markt gebracht. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Kaufe die Schulden der IFK, warte, bis die Katastrophe vorbei ist und die IFK wird dir einen Betrag auszahlen, der mehr als das Zehnfache deines Kapitals beträgt. Der Diener neben Madame Narbenauge holt einen Roboterengel mit Flügeln hervor. Das ist der Schuldscheinspender vom Typ Engel. Du musst ihn regelmäßig mit Goldmünzen füttern und er wird über deine Investition Buch führen. Am Ende des Anlagezeitraums wird er dir einen Betrag auszahlen, der mehr als das Zehnfache des investierten Kapitals beträgt. Erhalte die Koalizität Schuldscheinspender vom Typ Engel. Die Interaktionale Frieden Corporation ist definitiv kein Wohltätigkeitsorganisation. Von mir aus. Schuldscheinspender vom Typ Engel. Bei gewonnenen Kämpfen werden keine kosmischen Fragmente erhalten. Nachdem dieser Effekt fünfmal fünfmal ausgelöst wurde, wird diese Koalizität zerstört und die Anzahl der kosmischen Fragmente, die du gerade besitzt, wird verdoppelt. Oh. Eine von der Abteilung von Unternehmenskonsoldierung der Interestralen Friedens Corporation vertriebener Schuldenspender. Nach dem Öffnen der äußeren Hülle verdichtet er sich durch die Produktion von Elektroteilchen und Wellen zu einem engelsförmigen Zähler. Die IFK hat zahlreiche Varianten dieses Gegenstandes hergestellt, darunter solche, die man am Handgelenk tragen kann und solche in Form von Kuschelkissen, die als Schlafhilfe dienen. Der Klient muss ihn regelmäßig mit Goldminzen füttern und erhält am Ende des Schuldenzyklus eine Rendite, die eine mehrfaches des Goldbetrages beträgt. Im Grunde handelt es sich um ein Anlageprodukt. Das erinnert mich irgendwie so, an das erinnert mich von Harry Potter. Weiß auch nicht, warum. Region Elite. Crash now or crash later. Wind on crash now. Lance, feuer. Ich hatte leider keinen dabei, der Wind kann. Aua. Aua. Pretty good crowd today. Hard enough. Here. Naughty child. Got it. You can't run. Lance at the ready. Tough luck running into me. Hmm. This song's for you. Keep up. Time for a shot. Now time. Oh God. That hurt. You can't run. You can't run. Told you I could fight. Lance ablaze. Lance. Forward. Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move. Ready to lose yourself? You can fight it. Or rock with it. Uh, die to go. Here. Turn it up. Hmm. I'm on guard. Ready to jam. Huh? Try that again. Keep up. My turn. Ice with ice bekämpfen. I'm on guard. I'm on guard. Keep up. Okay. Time for a shot. Lance ablaze. Lance. Forward. My turn. Here. Turn it up. Lance at the ready. That hurt. You can't run. Just, just a little something. Think nothing of it. Now time. Time for the mate. Ready to lose yourself? You can fight it. Or rock with it. Try that again. Tough luck running into me. Gotta try hard sometime. Watch this awesome move. Songs for you. Turn it up. Try that again. Tough luck running into me. Tough luck running into me. Tough luck running into me. Tough luck running into my mind. That's better. Ugh, ready to jam. Keep up! I'm on guard. I'm on guard. Hard enough. Hmm. Thanks a lot. Pretty good crowd today Keeps up Not bad Naughty child That's better Not bad This song's for you Turn it up Tough luck running into me You Time for a shot Now time Let's rock Try that again Lance at the ready Told you I could fight Lance ablaze Lance Forward Pretty good crowd today Keeps up I'm on guard Der steht immer noch My turn Danke So, der Überfluss nehmen wir Die Maske des Narren Ändert alle Segen in zufällige Segen um Die Versteckungswerte werden beibehalten Es besteht eine Chance Noch selteneres Segen zu erhalten Okay Die Maske des maskierten Narren Symbolisiert ihren Glauben an das Hochgefühl Und das Tragen dieser Maske ist quasi die Eintrittskarte Wenn sie sich im Gasthaus am Ende der Welt treffen Diese Masken sind schwer, haben leuchtete Farben und haben ein mechanisches Lächeln Aber die Bemalung gibt nichts über das Innenleben des Trägers Brueis Sie tragt die hingebungsvolle Kennzeichnung der maskierten Narren Aber es wirkt, als können sie alle vom Schiff der trauernden Mimen Okay Äh, ich weiß jetzt nicht, ob die so besser sind, aber okay Ich glaube, die Fahrtresonanz wird, werden sie mir wohl kaum wegnehmen, oder? Region Rast So, wir tun mal dann Hang Downloaden Boah, hab ich hier nicht koschmässes Dings da Region Kampf Can't stop the rock Ja, die Fahrtresonanz ist noch da Gut Wissen sie etwas You can fight it Or rock with it Turn it up Tough luck running into me Now time You can't run I'm okay Try that again Gotta try hard Watch this awesome move This song's for you Keep up Ready to lose yourself? You can fight it Or rock with it Turn it up Naughty child Naughty child Hm Nice teamwork You're annoying Pretty good crowd today Keep up My turn That's better Thanks a lot This song's for you Turn it up You can't run Time for a shot Hm Pretty good crowd today Geh mal kurz auf den Hm Let's hide it Okay Lance ablaze Lance Forward Forward Gotta try hard sometime Watch this awesome move Ready to lose yourself? You can fight it Or rock with it Keep up Told ya I could fight Naughty child Lance at the ready Lance at the ready Try that again You can't run I'm This song's for you Turn it up My turn Time for a shot Now time Time for a shot Try that again I'm You can't run Okay Ready to lose yourself? You can fight it Or rock with it I'm You can't run Tough luck running into me Lance ablaze Lance Forward Here That'll take more than medicine Try hard sometime Watch this awesome move I'm Hm Hm Just, just a little something Think nothing nothing Nice teamwork I'm on guard This song's for you Turn it up Ready to lose yourself? You can fight it, or rock with it! You can't run! Not time. Glance at the ready. Ich hab mal so'n Sparschwein geschafft, wow. Okay. Äh... Pfff. Ist alles Mist, wir nehmen einfach irgendwas. Can't stop the rock! Okay. Ähm... Oh, noch die ist, wo wir denn? You can't run! Not a scratch! This song's for you! Turn it up! Told ya I could fight! My turn! Hmph. Hmph. Nice teamwork. You can't run! Keep up! Time for a shot. Hmph. That's better. Ah, ready to jam. Hmph. Try that again! I'm on guard! Pretty good crowd today. Hard enough! You can't run! You can't run! You can't run! You can't run! Lance at the ready. Uh enough! You can't run! You're to cry! Tough luck running into me! Ahhaha! Phew! Gah! This song's for you! Keep up! Knap time! Hmmmm Regionenbegegnung, okay Ohje, mal was Neues Du triffst auf eine Gruppe uralter, blutrünstiger Monster in einer uralten Stadt in einem verlassenen Sternensystem. Ihr heißer, dampfender Atem streift über dein Gesicht. Okay An einem von ihnen bemerkst du Anteil in einer Mutation. Seine Haut ist von einem goldenen Panzer bedeckt und erscheint unter dem Mutation zu leiden. Du blickst direkt in seinen trüben Augen. Seine Schnurrhaare bewegen sich auf und ab. Du bemerkst, dass es ein paar Jungtiere hinter sich beschützt. Auswählen Betritt den Kampf und erhalte nach dem Sieg einen Segen mit zwei Sternen. Betritt den Kampf und erhalte nach dem Sieg einen Segen mit drei Sternen und eine Koalizität. Dich um den Schmerz der Erwachsenen Bestie kümmern. Okay, oh Gott, nöööö. Ausgrennen der Ja Ja, an der den Ja Mist Der erste ist tot. Der hat alle verschluckt. Der hat alle verschläge. Nice team one. Das ist für dich. Turnin' up! Lance at the ready. Ha! Try that again. Naughty child. Nap time. Naughtyogunnel. you can't run! Nao! 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 Du kannst es, oder rocken mit es! Ich habe das, ich könnte es! Das ist es! Try that again! Du kannst nicht runnen! Ein bisschen, ich denke nichts mehr. Ready to jam! Pretty good crowd today. Hard enough! Tough luck running into me! Here! This song's for you. Keep up! You can fight it or rock with it! Try that again! Lance are the ready. I'll try hard sometime. Watch this awesome move! My turn! I'm... You can't run! Turn it up! Keep up! Try that again! Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it! Lance ablaze! Lance! Forward! That'll take more than medicine. That's better. Ready to jam. Just a little something. Thank you. Thank you. Thanks a lot! Turn it up! I'm on guard! Jetzt kann er keinen... Oh man, er beschwert schon wieder welche. Lance at the ready, ready to lose yourself? You can fight it, or rock with it! Try that again! You! You can't run! Gotta try hard some, watch this awesome move! Lance ablaze! Lance, lance, forward! Try that again! What? This song's for you! Turn it up! Time for a shot. Thanks a lot! Keep up! Turn it up! Told ya I could fight! Ready to lose yourself? You can fight it, or rock with it! Uh, yeah. You can't run! I'm on guard! Keep up! Naughty child. That's better. Thanks a lot! Not a scrap! Pretty good crowd today. Justin, just a little something. Think nothing of it. Ready to jam. Turn it up! Tough luck running into me! Here! Lance at the ready. Notice her! Okay. Hmm. You can't run! Wow. Lance ablaze! Lance! Forward! Time for a shot. Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move! Ready to lose yourself? You can fight it! Or rock with it! Hmm. That's better. Ah, thanks a lot! Keep up! Try that again! Go away! I'm on guard. Time for the ma- Turn it up! Keep up! My turn! Ready to lose yourself? You can fight it! Or rock with it! Cute! Pretty good crowd today. Turn it up! Naughty child. I'm okay here. You're annoying! Try that again! Tough luck running into me! Here! Phew! That's it? You can't run! 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 This song's for you! Keep up! Try that again! Lance-a-blaze! Lance! Forward! Gotta try hard sometime! Watch this awesome move! Ready to lose yourself? You can fight it! Or rock with it! Must have a good crowd today. Turn it up! Keep up! Gut. Oh. Okay. Jetzt haben wir ganz viele Sachen. Illusionsautomatum stellt zu Beginn der Runde eine Figur 20% ihrer maximalen LP wieder her. Gesellschaftsticket erhöht die Anzahl der nach eingewonnenen Kampf verhaltenen kosmischen Fragmente um 75%. Wirkungsvoller Chaos-Elixier erhöht den durch den Technik verursachten Schaden um 200% und der Technikschaden wird um 200% der maximalen LP der Figur erhöht. Ist eigentlich alles merkwürdig. Ich nehme am besten das da. Man sagt, dass die von den Geschichtsfiktologen geschaffene Automatons dazu bestimmt waren, eine große Anzahl hochwertiger Nachahmungen zu produzieren, die symbolisch als hocheffiziente und bunte Fabrikate verstanden werden können. Aufgrund von schlechten Gewohnheiten der Geschichtsfiktionologen im Umgang mit ihren eigenen historischen Dokumenten entdeckten die Automatons, schließlich ihr eigenes trügerisches Design, als sie klassifizierte Texte lasen und sich daraufhin eine neue Frage stellte. Könnten die Geschichtsfiktionologen selbst auch Fabrikate sein? Wer weiß, wer weiß. Wir nehmen einfach das hier. Oh, die Einzelkulazität ist zerstört. Cool. Region Elite? Echt jetzt? Was macht es hier eigentlich? Achso, okay. Von einem Kampf in den nächsten schweren Kampf. Okay, ähm... Das ist ein Geschicht. Was macht es hier? Ja, das ist ein Geschicht. Hm... Was macht es hier? Hm... Ich brauche dich. Ich brauche dich. Dies ist ein Schicht der Bibel. Das steht auch noch, okay. 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 Keep up. Turn it up. Here. Not a scratch. Try that again. Das steht auch noch, okay. Keep up. I'm on guard. Ready to lose yourself? You can fight it. Or rock with it. Das steht auch noch, okay. That'll take more. That'll take more than medicine. Try hard sometime. Watch this awesome move. Now time. Turn it up. Keep up. My turn. Go away. Pretty good crowd today. Pretty good crowd today. Turn it up. Here. Ready to lose yourself? You can fight it. Or rock with it. Try that again. Okay. I'm on guard. I'm on guard. Lance ablaze. Lance. Forward. Keep up. Not a scratch. You can't run. I am a scratch. Go away. Okay. Gotta try hard sometime. Watch this awesome move. You. Tough luck running into me. Justin, just a little something. Think nothing of it. Thanks a lot. Here. This song's for you. Turn it up. Naughty child. Ready to lose yourself? You can fight it. Or rock with it. You can't run. You can't run. That hurt. Ha. Lance ablaze. Glance. Forward. Keep up. That hurt. Ha. Lance ablaze. Glance. Try that again. Go away. That hurt. My turn. You. Turn it up. Ready to lose yourself? You can fight it. Or rock with it. Gotta try hard sometimes. So. Watch this awesome move. Pretty good crowd today. Keeps up. Here. Tough luck running into me. You. Naughty child. Nap time. Not a scrap. Try that again. Okay. Ha. Time for the main event. Turn it up. Ready to lose yourself? You can fight it. Or rock with it. Come on. Keeps up. I'm fresh. Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move. Hmm. Ah. Thanks a lot. My turn. Lance ablaze. Lance. Forward. Ah. That hurt. Just inject a little something. Think nothing of it. Ah. Ready to jam. Turn it up. Now. Here. I'm on guard. Naughty child. That's better. Tough luck running into me. Ready to lose yourself? You can fight it. Or rock with it. You're annoying. That is bad. Okay. Gotta try hard some. Watch this awesome move. This song's for you. Keeps up. Turn it up. My turn. You. Just inject a little something. Think nothing of it. Nice teamwork. Try that again. Ready to lose yourself? You can fight it. Or rock with it. Keeps up. I have to be peeped. That's better. Talk like running into me. Ready to jam. Here. My turn. You. This song's for you. You can't run. Go away. Go away. Lance ablaze. Lance. Forward. Ready to jam. Turn it up. Ready to lose yourself? You can fight it. Or rock with it. Der Kampf ist aber schon hart jetzt. Der Kampf ist aber schon hart jetzt. Hehehe. Hehehe. Try that again. I'm not bad. Okay. Just, just a little something. Think nothing, nothing. Ah, ready to jam. I'm on guard. Heah. 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 Now time. Keeps up. Try that again. I'll jump. Hmm. Lance ablaze. Lance. Forward. Time for the main event. Heah. Heah. Ready to lose yourself? You can fight it. Or rock with it. Heah. Heah. Keep up. I'm on guard. Heah. 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 My turn! Gotta try hard sometime. Watch this awesome move! Time for an encore! Um... That's better. Justin, just a little something. Think nothing of it. Ready to jam. Keeps up! Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it! I have to keep going! I can't run! I'm not a doctor. Dude! Oh my god. That was hard. Huh. Puh. Was ist das überhaupt? Was fahrt durch das Sternenmeer? Der Niedergang eines Äonen. Für die Zerstörung, okay. Du bist für die Bewahrung und du für die Jagd. Textur der Erinnerung freigeschaltet. Einzelne Heilung. Hm, klingt auch interessant. Wellen auf dem Diracmeer 3, okay. Puh. Aufträge abholen. Abholen. Reiselok. Endlose Ebene. Äh, dieses Mal haben Hertha und die drei anderen Mitglieder der Chinas-Gesellschaft einige winzige Änderungen an der Universumsimulation vorgenommen. Aber jeder von ihnen hat einige Fehler gemacht. Jetzt sind die Codes durcheinander und das Programm hat begonnen, sich unbegrenzt zu erweitern. Nur du kannst dieses chaotische Universum in den Griff bekommen. Äh? Äh? Ja, und jetzt? Sammle alle Kapitel der Schwarmkatastrophe und schließe die abenteuer Mission Schwarmkatastrophe das Ende ab, um der Universumsatz zu einem Pfad der Ausbreitung freizuschalten. Erfolge. Enthauptungsschlag. Besiege einen Silbermanen-Leutnant, ohne dabei die Silbermanen-Wachen zu besiegen. Wellen auf dem Diakmeer 3. Erhalte 40 Typen von Lichtkegeln. Atme. Schalte in der Universumsimulation und fölfte Segen des Überflusses frei. Okay. Namenlose Ehre. Nachrichten. Serval. Äh, ich habe mein neues Lied zu Ende geschrieben, willst du es hören? Anhang erhalten, Demo-Investionen wird nie mehr geändert, finale Fassung. Oh richtig, ich möchte Eindrücke, die meine Musik bei den Leuten hinterlässt, auf das Plakat für mein nächstes Konzert drucken. Kannst du ein oder zwei Kommentare beistimmen, Bumm? Ich werde darüber nachdenken. Okay. Ich habe verstanden. Tut mir leid, dass ich existiere, ich habe 10.000 Lieder gehört, wir brüllen zusammen. Dein Lied ist wie ein Gewitter, lauter als Alarmglocken. Es gibt kein Entrinnen, wir brüllen zusammen. Was auch immer. Verwende zum Kommentieren eines Liedes nicht den Text eines vorherigen Liedes. Ich mache nur Spaß. Okay, dann überleg mal weiter. Sag mir bitte erst Bescheid, wenn du gründlich darüber nachgedacht hast. Hast du eine gute hier schon wieder drin? Ja, ne, 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 ne. Kann ich jetzt die endlose Ebene machen? Hä? Da, endlose Ebene. Was? Verfügbar nach Abschluss der Universen-Simulation Welt 5 von Abenteuer-Mission. Endlose Ebene. Nicht verfügbar, okay. Was ist denn das schon wieder vermisst? Vielleicht muss ich auch zuerst das machen. Hä? Was ist da jetzt die Aufgabe? Sammle alle Kapitel der Schwarm-Katastrophe und schließe die Abenteuer-Mission Schwarm-Katastrophe das Ende ab, um der Universum zu nutzen und dem Pfad der Ausbreitung freizuschalten. Hä? Muss ich das verstehen? 1 2 2 3 5 Uh-huh. Ach, ich muss mit Hertha sprechen, okay. Dann verstehst du schon Schwarmkatastrophe. Die Universumsimulation enthält zu viele redundante Daten. Du bist so weit gekommen, hast die Ionen aber erst ein paar wenige Mal getroffen. So viel Arbeit und trotzdem nur so wenig Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. Also habe ich jetzt vor, die kosmologische Zeit in einem bestimmten Abschnitt der Geschichte zu verankern. Damit wird der Umfang der Simulation eingeschränkt. Was es uns erlaubt, einen bestimmten Ionen genau zu studieren. Allerdings weiß ich nicht zurecht, in welches Bernstein-Zeitalter dich am besten zurückversetzen sollte. Rui May hat dazu eine Idee. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, die kosmologischen Zeiten der Ära von dem Fall von Tinseron, dem Imperator in Sektrom, zu verankern. Ich mag Videospiele, schön für dich, ich aber nicht. Jedenfalls solltest du es dir einmal ansehen. Aha, was mache ich jetzt? Betritt die Universumimulation, okay. Siehst du das? Hier kannst du reinkommen. Die Hauptschnittstelle ist gar nicht mal schlecht. Die hat Skrival entworfen. Dann aktivierst du das hier. Okay. Gut, ich würde aber sagen, das machen wir erst im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. Ja, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020